Was jetzt gleich passieren wird, wird folgendes sein. Wir machen ganz kurz mit so einem Schaden. Und dann kommt der Grabenfluster aus. Und das ist dann so getestet. Und danach ist der Kohlmuster passiert. Hier kommt es. Es werden leider anfängt. Die Muscheln haben genau wie die Muscheln. Die Muscheln verkaufen wie die Insektenfacetten auf. Und die können unterscheiden von hell-dunken. Und hell bedeutet Gefahr. An Oberdecken kann gefressen werden. Und deswegen heißt es so schnell wie möglich, wieder dahin zu gehen, wo ich herkomme. Und deswegen sind wir gleich alle recht. Wir saugen Wasser rein, reinigen es und dann spritzen es wieder aus. Alle Herzmuschen, die es im Wattenmeer gibt, reinigen das komplette Wasser der Nachtsee bis zu einer Höhe von zwei Metern einmal in der Woche. Wir werden uns gleich einen Kumpel von hier angucken. Die machen das fünfmal in der Woche. Das heißt also, während der siebentägigen Woche wird das Wasser in der Nordsee bis zu einer Höhe von zwei Metern sechsmal windige Muscheln geraten. Wir sind ein bisschen faul. Und ihr müsst auf der Mann fängt auf achten. Hier ist eine dabei und fängt an. Dann machen die anderen das auch. Und dann machen wir ruhig. Aber jetzt zum Beispiel hier fängt sie. Hier drüben ist schon Gleichbewegung im Spiel. Die Herzmuschen haben so zwei Kilometer Gefühle. Das sind so hohe zu sehen. Einsaugen das Wasser und rausspritzen. Wenn sie manchmal so eine schöne Wattwanderung machen, wenn es denn hier alleine geht, dann sehen sie, wann so kleine Fontänen aus dem Boden herausspritzen. Das sind diese kleinen Herzmuscheln. Das Wasser reinigt haben und dann nach außen wieder rausbezogen. Und jetzt noch Strafverschärfung. Esssbare Herzmuscheln. Die schmecken nicht sehr, sehr gut. Wenn ihr sagt, die unerwältigen Tessen. Dann gucken wir nachher mal auf den Karton von Aldi oder Nidl. und die nachher dran ist. So schnell kann ich 60 Prozent. Hier kann man eine Ziffer wunderbar finden. Riechen nach. Und dann nur... So, einsaugen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich zeige es Ihnen immer gerne mit Gästen, wenn man am Strand eine halbe Hälfte findet, dann ist es schön, dass man das hat. Aber hier kann man immer sehen, wie sie sich bewegen in ihrem Lebensraum und versuchen, so schnell wie möglich wieder dahin zu kommen, wo wir sie ausgegraben haben. Wenn ihr mir jetzt einen Gefallen tun wollt, nehmt euch Fläche, packt die schön ein und das wird wieder alles eingegraben, wo wir sie haben. Wir wollen den Möwen es nicht so einfach machen. Ja, okay.